Das Tor der Illusion Er erinnerte sich an den Plan, den der Sensei, den Großmeister, gezeigt hatte. Der Aufenthaltsraum der Wachen musste gleich links hinter dem Nottor sein. Er schaute vorsichtig um die Ecke und sah, dass der Gang sehr stark beleuchtet war, da er aller zwei Meter an jeder Seite des Ganges Fackeln brug. In dem Gang gab es auf jeder Seite zwei Wege, die ihn kreuzten. J.C. wusste, dass er unmöglich ungesehen durch den Gang gelangen konnte, falls dort noch irgendwo Wachen sein würden. Er betrat den Gang und an der ersten Kreuzung spähte er schnell in die Gänge. Die Luft war rein, sodass er links abbog und die Tür zum Aufenthaltsraum erreichte. Er hatte schon den Dietrich in der Hand, als er bemerkte, dass die Tür nur angelehnt war. Da er keine Geräusche hörte, sagte er leise, Hm, ich habe einen Affen. Er schob die Tür leise auf und betrat den dunklen Raum. Der Raum war sehr längtisch und aller drei Meter stand an der Wand ein Bett. Es müssen etwa 200 Betten gewesen sein, durch die in der Mitte ein Gang entstand. In der Dunkelheit waren noch die Umrisse von einigen Schränken und Waffenständern zu sehen, doch ansonsten war nichts dabei, was J.C. aufhiel. So ging er mit den Meistern den Gang bis zum Ende, wo in etwa drei Meter Höhe ein mannsgroßes Loch mitgetan war, das als Fenster diente. Er schob mit den Meistern einen großen Tisch heran, auf diesen gingen zwei Meister und nahmen die Bankstellung ein. Dann folgten zwei weitere Meister, die sich auf die ersten stellten und so das Loch erreichen konnten. Sie nahmen die Handsägen aus ihrem Anzug hervor und zerschnitten die Gitterstäbe. Der Sensei, der mit den anderen Großmeistern vor den Fenstern stand, bemerkte das und stellte sofort die Leiter an das Fenster und kletterte gemeinsam mit ihnen hinauf. Dort angekommen sprach er zu J.C. Gute Arbeit. Ist alles nach Plan verlaufen? Ja, die Wachen am Lieferanteneingang haben nichts bemerkt und den Aufmerkaufsraum haben wir, wie von euch vorhergesehen, leer vorgefunden. Ausgezeichnet. Auf seiner Gesicht war ein Grinsen zu sehen, das vor Siegessicherheit nur so strahlt. Dann gehen wir jetzt zum Raum mit den Kanzlern. Ich denke, die Herren benötigen etwas Gesellschaft. Er schnitt durch den Gang zwischen den Betten und ergänzt höhnisch. Doch ob sie das auch so sehen? Gemeinsam verließen sie den Raum und ging abermals zu der Kreuzung, die nach wie vor leer war. Der Sensei bog mit seinen Leuten links ab und erreichte die Tür, die zu dem Raum der Kanzler führte. Er legte sein Ohr an die Tür und lauschte. Es war schnarchend zu vernehmen. Mit seiner linken Hand griff der Sensei zur Türklinke und drückte sie lautlos nach unten. Doch die Tür war verschlossen, weshalb er die Klinge wieder losließ und in seinen Mantel griff, aus dem er einen Dietrich herausholte. Er streckte den Dietrich ins Schloss und sprach, Wozu am Alltüren Schlösser? Die Dinger bringen doch eh nichts. Gleich darauf war ein leises Klicken zu vernehmen. Der Sensei steckte den Dietrich wieder zurück in seinen Mantel und öffnete leise die Tür. Der Raum war völlig dunkel und selbst der Sensei konnte nichts sehen, da seine Augen noch durch das starke Licht im Gang an Nachtblindheit leiteten. Als alle Shadows in dem Raum waren, schloss er die Tür und wartete eine Minute, sodass seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen konnten. Langsam wurden auch Umrisse sichtbar und die Umgebung verdeutlichte sich. Der Raum war rund und in der Mitte stand ein großer, runder Tisch, an dem wahrscheinlich Beratungen abgehalten wurden. An der gegenüberliegenden Seite des Raumes befand sich ein erhöhtes Podium, während in Kreisformationen um den Tisch herum Betten und Schränke standen. In diesen Betten lagen auch die Kanzler. Der Sensei wies seine Leute an, sich neben die acht Betten zu stellen, während er zum Modest ging. Als alle an Position waren, sprach er laut, Guten Morgen, meine Herren! Die Kanzler schreckten schlaftrunken aus ihren Betten auf, doch ehe sie ihren Oberkörper aufrichten konnten oder nur ein Wort zu sprechen vermochten, hatten sie eine Handfläche auf dem Mund, die sie zurück in ihre Kissen drängte. Der Sensei wartete einen Moment, bis die Kanzler den ersten Schock überwunden hatten. Wir sind etwas in Eile, darum fasse ich mich kurz. Ich bin hier, meine Herren, um sie einen kleinen, unbedeutenden Gefallen zu bitten. Bitte machen sie sich keine Sorgen um meine hilfsbereiten Kollegen, die neben ihnen stehen. Sie sind eigentlich ganz nett, solange man mit ihnen kooperiert. Haben sie verstanden? Schweigen folgte. Oh, ich vergaß. Sie haben ja noch gar nicht die Gelegenheit zu reden, wie dumm von mir. Freunde, würdet ihr bitte die Hände von den Kanzlern lassen? Sie haben mir sicher einiges zu sagen. Ach, und noch etwas. Er machte eine kurze Pause. Wenn ihr auch nur einen Schrei von euch gebt, sind wir leider gezwungen, euch zu töten. Nehmt das bitte nicht persönlich. Das hat nichts mit euch zu tun. Es ist nur eine notwendige Sicherheitsvorkehrung. Ihr dürft jetzt sprechen. Die Shadow nahm ihre Hände von den Mündern der Kanzler weg. Diese waren vor Angst fast wie gelähmt. Doch schließlich sprach einer. Äh, wer seid ihr überhaupt? Hahaha, wer ich bin? Wer seid ihr? Der Kanzler des Konzils. Ich leite die Rechtsvertretung in Abwesenheit des Lords. Oh, welcher überhaupt schöner Zufall. Genau euch brauchen wir. Ich verlange zu wissen, wer ihr seid. Nichts, sagte der Mann mit etwas zorniger Stimme. Ihr verlangt. Der Sensei machte eine Pause, um sein Grinsen zu unterdrücken. Ihr seid in keiner Position, um etwas verlangt zu können. Ha, wenn ihr nicht kooperiert, werde ich es auch nicht. Ihr missversteht die Situation, glaube ich. Inwiefern? Der Sensei kam vom Podest runter und stellte sich neben dem Mann an das Bett und beugte sich zu ihm herunter. Ihr habt keine Wahl. Wenn ihr nicht kooperiert, so wird Blut fließen. Deswegen werdet ihr mir jetzt offiziell als neuen Lord einsetzen. Habt ihr verstanden? Niemals! Hm, ich verstehe. Nun, ich habe es im guten Versuch, doch ihr lasst mir keine Wahl. Er stellte sich wieder aufrecht hin und rief. Yucé! Töte den Mann vor euch im Bett, mir egal wer er ist. Yucé nickte und holte mit seinem Deutsch zum entscheidenden Stoß aus. Doch der Kanzler des Konzils erhob sich und schrie. Nein! Warte! Rief der Sensei trocken und verfiel dann eine süßliche Stimme. Ich glaube, unser Kanzler des Konzils hatte gerade einen Sinneswandel. Er schubste den Kanzler in das Bett, zog sein Deutsch und hielt ihn in seine Kehle. Ich frage euch jetzt das letzte Mal. Ernennt ihr mich zum Kanzler oder nicht? Überlegt gut. Denn wenn ihr Nein antwortet, wird mein Freund euren Freund töten. Und das werden wir so lange wiederholen, bis keiner von euch Kakerlagen übrig ist. Wie lautet eure Antwort? Es folgte Stille. Der Sensei wartete noch eine Minute. Dann sagte er, Hm, wie dumm von euch. Der Kanzler öffnete sofort seine Augen und rief, Ja, ich tue es, ich tue es, haltet bitte ein! Na also, war doch gar nicht so schwer, oder? Lasst uns gleich den Papierkram erledigen. Er nahm den Deutsch leicht vom Hals des Kanzlers weg, doch ließ ihn gerade noch nahe genug an der Kehle, dass eine schnelle, unvorsichtige Bewegung des Kanzlers zu seinem Tod führen würde. Wo liegen die Papiere? Fragte der Sensei fordernd. Unter dem Rednerpodest. Dann gehen wir jetzt da hin. Nach euch. Er machte einen kleinen Knicks, der aber eher von Verachtung als von Respekt zeugte. Der Kanzler stand vorsichtig auf und lief mit dem Sensei zum Bedest und blieb davor stehen. In der untersten Schublade müsste es sein. Sprach der Kanzler. Dann würde ich vorschlagen, ihr bückt euch und holt es nach oben. Der Kanzler zögerte eine Weile. Was ist? Warum zögert ihr? Der Kanzler drehte sich mit angstuntersetzten Augen um und sprach Es ist nichts, nur... Ehe er den Satz zu Ende sprechen konnte, griff der Sensei blitzschnell in seinen Mantel, zog ein Schuriken hervor und warf ihn aus der Bewegung heraus, genau auf die Schublade. Sofort darauf kam eine Stichflamme unter dem Podest hervor, die den Kanzler den Bart versenkte. Eine Falle. Wie vorhersehbar. Sprach der Sensei trocken, während er die Hand ohne den Deutsch leicht in der Luft kreisen ließ. Der Kanzler schaut den Sensei immer noch ängstlich an. Eigentlich soll ich euch böse sein, aber mir ist momentan nicht danach. Jetzt greift endlich hinein, oder ist da noch eine Falle? Nein, nein! Der Kanzler tat wie ihm befohlen, öffnete die Schublade und zog ein Pergament hervor. Auf dem Groß-Einsetzungsformular B24-6 stand und legte es auf das Podest. Hier, schreibt! Der Sensei reichte ihm einen Schreibväter und hielt ihn den Deutsch so an den Hals, dass der Kanzler noch die Klinge sehen konnte. Dieser verstand die Geste und schrieb auf das Formular in schöner Kursivschrift hiermit wird Warum schreibt ihr nicht weiter? Ich kenne euren Namen nicht! Nennt mich Vince! Er schrieb weiter, Vince, ehrenthalber auf Befehl des Lords, zum neuen Lord ernannt, da dieser In der Schlacht gefallen ist und es sein letzter Wille war, dass Vince nach seinem Ableben die Regierungsgeschäfte führt, sprach der Sensei ergänzend. Aber das hat er doch gar nicht! Ach nein? Schau dir mal den schönen Deutsch an! Der Sensei hob den Deutsch auf Augenhöhe hoch. Er hat, er hat! Sprach der Kanzler sofort darauf und ergänzte die Passage auf den Pergament. Danach unterschrieb er es und auch Vince setzte seine Unterschrift darunter. Dann nahm der Sensei das Pergament und lief zum Ausgang. Doch ehe er über die Schwelle schreitete, rief er Passt mir auf die Kanzler auf! Ich kümmere mich um den Rest! Danach verließ er den Raum, ging über den Gang zum Innenhof und schließt sich zum Südtor, wo er schon von Weitem die Rufe der scheinbaren Demonstranten hören konnte. Er öffnete mit viel Schwung das Tor und stellte sich auf die obersten Stufe der Treppe. Einige der Wachen drehten sich um und zwei von ihnen rannten, in der Annahme, der Sensei wäre auch ein Demonstrant, auf ihn zu. Doch als sie an das untere Ende der Treppe kam, rief dieser laut, »Haltet ein! Ich bin der neue Lord!« und streckte ihnen das Pergament entgegen. Die beiden nahmen sich einen kurzen Moment Zeit, um das Pergament zu lesen. Sie nieder und riefen, »Der neue Lord ist da!« »Steht auf und sagt mir, was hier los ist!« Die Wachen gehorchten und antworteten, »Die Bürger machen einen auch schon, weil sie so arm dran sind. Sie fordern mehr Freiheit und mehr Geld.« »So!« Der Sensei reckte sich, spannte seine Arme auseinander wie ein Kondor, der sich in die Lüfte erheben möchte und sprach, »Lieber Bürger, bitte kommt zur Ruhe! Ich bin der neue Lord und möchte einiges verkünden!« Der Schrei des Senseis war laut und durchstrang die Massen, die schon lange ihren Sensei erkannt hatten, worauf sie sofort still wurden. Jetzt lief alles wie am Schnürchen. »Danke! Was verlangt ihr?« fragte der Sensei. »Mehr Freiheit und mehr Geld! Wir nagen am Hungertuch! Wisst ihr, wie ich mich fühle?« fragte Kaichon, der nahe der Treppe stand. »Ich verstehe eure Forderungen und sie sind mehr als berechtigt. Ich gebe euch hiermit mein Versprechen, dass das Hungern enden wird und dass ihr den Wohlstand bekommt, den ihr längst verdient habt. Doch solche große Veränderungen benötigen nun einmal etwas Zeit. Gebt mir einen Monat, liebe Bürger, dann werdet ihr die berechtigten Früchte eures Vertrauens ernten.« Kaichon drehte sich um und rief, »Seid ihr dafür?« »Ja! Ein Hochaffinall-Mord!« war die Antwort der Masse, die freudig in die Hände klatschte. »Habt Dank! Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss mich um wichtige Amtsgeschäfte kümmern. Gehabt euch wohl!« sprach der Sensei, drehte sich um und verschwand hinter den Toren. Die scheinbaren Demonstranten wirkten sehr zufrieden und verschwanden auch vor dem Tor in Richtung Markt und gingen in die Shadow-Gilde zurück. Die Wachen nahmen sofort wieder ihre alte Position ein, während der Sensei zu seinen neuen Kanzlern zurückzog. Er betrat den Raum und sprach zu Yuzzeh, »Es ist alles gelaufen wie geplant. Wir haben für die Kanzler keine Verwendung mehr. Vorerst. Steckt sie in den Kerker, aber gebt ihnen Essen und trinken. Vielleicht benötigen wir sie eines Tages wieder. Auch jetzt stellen sie zuerst eine Gefahr dar. »Ich werde derweil alle Wachen informieren,« »namen wir sie uns, Dean.« Yuzzeh nickte und sofort führte er die Kanzler mit einigen Shadows in den Kerker, während der Sensei eine Runde drehte und zu einer neuen Amtseinsetzung verkündete. Über Eras Tu ging nun die Sonne auf, die einen güldenen Schein über die Universität oder was davon auch übrig war, fallen ließ. Seki wurde von den Sonnenstrahlen wachgekitzelt, die direkt in seine Nase fielen und wachte so mit einem kleinen Nieser auf. Er zog sich seine gewöhnliche Kleidung an und öffnete die Tür, an der er einen Zettel fand, auf dem geschrieben stand, »Lieber Seki, wie von Erzkanzler beauftragt, führe ich die Seminare und Kurse weiter. Doch wird diese Woche nur die Telekinesefähigkeit trainiert und kein neuer Zauber unterrichtet werden, da so die Schüler sich gleich praktisch an den Aufräumarbeiten beteiligen können. Es ist meine Entscheidung, dass du dein Studium fortführst und weitere Zauber lernst. Ich wünsche es so. Deswegen ist für diese Woche dein Auftrag, dich selbstständig dem Selbststudium von einigen Zaubern zu widmen. Ich habe abends immer Zeit für deine Fragen, übe fleißig, gezeichnet Lombus. Er zerknirschte den Zettel, steckte ihn sich in seine Hosentasche und ging in den Raum zurück. Dort setzte er sich auf den Boden und nahm das Buch »Verbergen und Verschwinden«, um sein Studium fortzuführen. Wieder schlug er die Seite mit dem Zauber-Kamerion auf, den er unbedingt beherrschen wollte. Er atmete kurz durch, um seine Konzentration zu erhöhen und fing dann gleich an zu lesen. »Chamerion« Der Chamerion-Zauber ist ein alter Zauber, der von einigen abtrünnigen Illusionisten erfunden wurde, um sich unauffällig durch Diebstahl bereichern zu können. Für diese Tat wurden sie verbannt und mussten fortan außerhalb der Universität leben. Diesen Umstand nutzten die verschiedensten Diebes und Assassinen-Gilten, um ihre Macht zu festigen, weswegen sie die Zauberer dazu überredeten, für sie zu arbeiten, wodurch sie an das geheime Wissen gelangen. Die Anwendung ist im Stillstand nicht kompliziert, da erfordert sie in der Bewegung eine hohe Konzentration, weswegen nur fortgeschrittene und geübte Illusionisten diesen Zauber erfolgreich einsetzen können. Der Zauber bewirkt, dass der Anwender die Farben der Umgebung annimmt. Dies ist im Stillstand einfach, da der Anwender in seinem Geist sich nur darauf konzentrieren muss, wie er selbst die Farben annimmt, die hinter oder neben ihm sind. Doch in der Bewegung ist es kompliziert, da der Anwender ständig die Umgebungsveränderung und damit die Farbveränderung erfassen und in den Zauber einfließen lassen muss. Dieser fordert eine genaue Beobachtungsgabe und viel Übung. Seki ließ das Buch geöffnet liegen und stellte sich an die Wand neben dem Bett, die, wie alle Wände in der Universität, blau-grau war. Dann schloss er die Augen, konzentrierte sich und sprach nach einigen Sekunden Kamerian. Doch nichts passierte. Er betrachtete seinen Körper eine Weile, doch er konnte keine Veränderung erkennen. Er atmete tief durch und versuchte es erneut und diesmal ging es scheinbar auch. Als er jetzt auf seinen Körper schaute, sah er, wie das Ocker seiner Haut allmählich den grau-blau wisch. Auch seine Kleidung nahm diese Veränderung der Farbe an und nach etwa zwei Minuten war Seki in einem leichten grau-blau. Doch ein Umstand, außer seiner Silhouette, hätte ihn verraten. Auch wenn seine Kleidung perfekt der Wand angepasst war, so hatte seine Haut doch noch nicht die identische Farbe von der Wand. Es sah eher so aus, als wäre der grau-blaue Farbton mit den Ockers seiner Haut gemischt worden, sodass die Haut heller als die Wand erschien. Seki ließ von seiner Konzentration ab und wurde sehr schnell wieder wie eh und je. Er krübelte nun, was denn die Ursache dafür war, dass seine Haut sich nicht perfekt der Umgebung angepasst hatte. Lag es vielleicht daran, dass die Haut eines Menschen lebt und sie deshalb auch ständigen Veränderungen unterworfen ist, die ebenfalls ständig der Umgebung neu angepasst werden mussten? Ja, daran wird es bestimmt liegen, entschied Seki für sich. Dieser Zauber war wirklich viel schwerer, als er sich vorgestellt hatte und dabei hatte er es erst im Stillstand versucht. Wie schwer mag es denn erst in der Bewegung sein? Seki schob diesen Gedanken beiseite und versuchte sich erneut. Diesmal strengte er sich noch mehr an und ließ seine Augen stets geschlossen, um sich nicht von irgendetwas ablängen zu lassen. Dieser Versuch war mit Erfolg gekrönt, da diesmal nicht nur Seki's Kleidung, sondern auch er selbst die graue Farbe der Wand angenommen hatte. Er öffnete langsam die Augen, um sich selbst zu betrachten und sah seinen Erfolg. Doch er wehrte nicht lange, da seine Haut jetzt wieder einen helleren Schimmer bekam. Seki musste nun einsehen, dass er noch sehr ungeübt war und seine Konstellation für diesen Zauber nur dann reicht, wenn er seine Augen geschlossen hielt. Aufgrund dieser neuen Erkenntnis übte Seki noch eine Weile und spürte auch, wie er besser wurde. Doch er schaffte es trotzdem nicht, seine Farbfindung mit offenen Augen aufrecht zu erhalten, weshalb er beschloss, für heute den Zauber nicht weiter zu üben und sich erst einmal wieder der Telekinesis zu widmen, die er doch schon recht gut beherrschte. Er setzte sich jetzt auf das Bett und überlegte, was er diesmal bewegen könnte. Sein Blick fiel auf Lombus' Schrank und er konzentrierte sich nun auf dessen Türe. Dann sprach er Telekinesis und sofort öffnete sich die Türe. Seki schaute leicht verwundert, denn er hätte erwartet, dass ihm dies nicht so gut gelingen würde. Scheinbar hat er sein Üben mit dem Kamerian-Zauber seine Konzentration stark gefördert, sodass nun auch alle anderen Zauber für ihn einfacher wurden. Um das zu testen, holte er ein Messer aus einer Schublade hervor und konzentrierte sich darauf. Nachdem Seki Telekinesis gesprochen hatte, hob sich das Messer in die Lüfte und flog gelenkt von Seki's Willen durch den Raum. Dann ließ Seki das Messer wieder zurück auf das Bett fliegen und sanft landen. Darauf stand Seki auf und baute aus seiner Decke auf Lombus Bett eine Art Durchgang und als er damit fertig war, sprach er wieder Telekinesis auf das Messer, das sich sofort darauf abermals in die Lüfte erhob und nun vor seiner Brust schwebte. Dann ließ er das Messer langsam in den Durchgang fliegen und wieder auf der anderen Seite herauskommen. Dies schaffte er ohne Probleme. Er versuchte es noch einmal, diesmal aber schneller und auch das gelang ihm. Er schien den Zauber nun gut genug zu beherrschen, um andere Sachen zu probieren. Deswegen ließ er das Messer jetzt auf Brusthöhe um sich herum kreisen, während er durch den Raum schritt. Er lief einige Bahnen hin und her, doch er fühlte sich immer noch nicht gefordert, weshalb er jetzt etwas probierte, was er für Knifflik hielt. Er stellte sich in die Mitte des Raums und lief zur Ostwand, während er das Messer zur Südwand wandern ließ. Dann drehte er sich um und ging wieder in die Mitte des Raumes, während er das Messer ebenso schnell auf sich zukommen ließ. Dies machte er einige Male und auch dies einwandfrei funktionierte, wollte er noch weitergehen, weshalb er jetzt das Messer in x-förmigen Ellipsen um seinen Körper fliegen ließ. Zuerst von oben über die rechte Schulter zum linken Bein und dann über die linke Schulter zum rechten Bein, sodass jeder, der sich ihm näherte, sofort von dem Messer getroffen werden würde. Seki begann nun zu laufen, doch schon nach vier Schritten fiel es ihm schwer, seine Bewegung und die des Messers zu koordinieren, sodass er das Messer zu nah an seinen Körper ließ und ließ ihn über den Rückenschnitt. Der Schnitt war nicht tief und blutete nur wenig. Doch durch den Schmerz verlor Seki die Konzentration, sodass das Messer zu Boden fiel. Er nahm das Messer und tat es zurück in die Schublade, da der Schnitt schmerzte und Seki sich dadurch nicht konzentrieren konnte. Beschloss er, sich noch einmal hinzulegen und auszuruhen. Seki schaute aus dem Fenster hinaus und sah, dass die Sonne hoch am Himmel stand, sodass er daraus schloss, dass es jetzt etwa Mittag sein musste. Er legte sich hin und schlief ein. Sein Schlaf wehrte bis zum Abend, dann spürte er, wie er sanft an einer Schulter gepackt und wachgerüttelt wurde. Er drehte sich um und sah, dass Lumbus vor ihm kauerte. Hast du gut geruht? fragte er. Ja! Ist etwas vorgefallen? Nein, wie kommt ihr darauf? Vielleicht wegen des Schnittes auf deinem Rücken? Seki wurde einen Moment still. Der Schmerz war vergangen und er hatte den Vorfall in dem Moment gar nicht mehr in Erinnerung. Wie ist das denn passiert? fragte Lumbus weiter. Ich habe mit einem Messer aus eurer Schublade Telekinesis geübt. Seki schloss die Augen, denn er erwartete nun eine Standpauke von Lumbus. Doch dieser reagierte anders als erwartet, denn er stand gelassen auf und setzte sich auf sein Bett. Tja, wir machen alle Fehler. Fehler sind wichtig. Sie gehören zum normalen Lernvorgang dazu. Und wie heißt es doch, so treffend Schmerz lehrt einen Sachen, die einem kein Philosoph beibringen kann, erklärte Lumbus. Wie meint ihr das? Kann man denn nicht nur durch Übung lernen? Nur durch Übung? Er grinste. Nein, mein Junge. Es gibt drei Wege, um zu lernen. Erstens durch Nachahmung. Das ist der einfachste. Zweitens durch edles, logisches Denken. Das ist der edelste. Und drittens durch Erfahrung und Schmerz. Das ist der bitterste. Du hast heute wohl den dritten begegnet. Ja schon, aber... Mach dir nichts draus. Es ist nicht so schlimm. Ich habe auch gute Neuigkeiten für dich. Er drehte sich um und holte einen ledernen, großen Beutel hervor und warf ihn zu Seki, den aufging und öffnete. Das sind deine Sachen. Wir haben sie unbeschadet gefunden. Der Turm war zwar zusammengestürzt, doch die Trümmer sind nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. Es gibt viele Hohlräume. Einer davon war dein Schrank, der fast unbeschadet geblieben ist. In ihm war dein Zeug. Seki schloss den Beutel und sprach Danke. Eine ruhige Minute folgte, doch dann sprach Lombus. Nun hast du meinen Zettel gelesen? Ja. Dann sag mir, was du heute gelernt hast. Seki stand auf und setzte sich neben Lombus. Ich habe mich heute an den Chameleon-Zauber versucht, doch er gelingt mir nicht richtig. Solange ich die Augen geschlossen habe, geht es ja, aber wenn ich sie aufmache, dann kommt der Orkana-Farbton und der haut wieder allmählich durch. Ah, der Chameleon-Zauber. Für einen Shadow mit Sicherheit ein sehr interessanter Zauber. Doch wie du schon bemerkt hast, ist es schwer, ihn richtig anzuwenden. Da hilft nur viel Üben. Schließlich sind die alten Meister ja auch nicht vom Himmel gefallen. Seki dachte nach und stellte sich vor, wie es wohl wäre, wenn die Meister einfach vom Himmel fielen und im Sinn dieser Weisheit zu verstehen. Doch er fand keinen logischen Hinweis, denn selbst wenn die alten Meister vom Himmel fielen, dann wären sie auf der Stelle tot. Gut, der Spruch mag bedeuten, dass er nicht einfach so aufwacht und ein Meister ist. Aber das mit dem vom Himmel fallen erschien Seki doch sehr skurril. Worüber denkst du denn gerade nach? Ach, nicht weiter wichtig. Sagt Lombus, gibt es einen Zauber, den ihr mir empfehlen würdet? Er lehnte sich nahezu Lombus und flüsterte in sein Ohr Ja, viele. und lehnte sich dann zurück. Das ist doch keine Antwort, platzte es aus Seki heraus. Nein, was ist es denn dann? Es, es ist schon eine Antwort, doch nicht auf meine Frage. Du solltest deine Fragen nicht so leicht fertig stellen, wenn du genauer antworten willst. Aber ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, es gibt viele Zauber, die für einen Shadow wie dich von groß Interesse werden. Doch viele davon sind noch zu knifflig. Zum Beispiel, Unsichtbarkeit, Teleport, Hellsicht und vieles mehr, obwohl... Lombus kratzt sich am Kinn. Hellsicht könntest du schon üben. Natürlich würde es noch viel Übung brauchen, ehe du es perfekt einsetzen könntest. Nur die hohen Kanzler beherrschen diese Kunst perfekt und viele wollen sie gar nicht lernen. Warum? fragte Seki verwundert. Nun, so nützlich dieser Zauber auch im Allgemeinen ist, so überpflichtig ist er gegen Zauberer und alle anderen Wesen über hohe geistige Kräfte verfügen. Selbst der Erzkanzler kann diesen Zauber nur selten einsetzen, da schon die meisten fortgeschrittenen Zauberer ihn widerstehen können. Deswegen ist es für Illusionisten oft unlukrativ, ihn zu lernen, da wir meist unser ganzes Leben hier in Erastool verbringen. Aber für diejenigen, die nicht ihr Leben hier fristen, ist der Zauber doch mehr als nützlich. In der Tat, doch nur wenige Zauberer planen von hier zu gehen. Sie verschreiben ihr Leben lieber der Universität. Das trifft auch für mich zu, obwohl ich diesen Zauber gut beherrsche. Warum habt ihr ihn dann gelernt? Weil er der erste Zauber ist, den Illusionist je ausgesprochen hat. Er ist sozusagen der Grundstein für alle heutigen Zauberer der Illusionisten. Deswegen finde ich, es ist wichtig, ihn zu beherrschen. Und dir würde ich auch raten, ihn zu lernen. Ja, für mich wäre er recht nützlich. Schließlich will ich mich nicht mein Leben lang hier verstecken. Das ist die richtige Einstellung, auch wenn ich deinen frechen Ton nicht leiden kann. Doch zuvor solltest du einen anderen Zauber lernen, der dir gute Dienste leiten wird. Auch wenn du das jetzt vielleicht noch nicht begreifst. Und dieser Zauber wäre? Illusionsbeschwörungsmagie oder kurz Ilo. Aha. Und was bewirkt dieser Zauber? Ilo bewirkt, dass du Illusionen erschaffen kannst. In den frühen Stadien werden deine Illusionen noch recht schwach und leicht zu durchschauen sein. Doch in den höheren Stufen kannst du so fleißige Diener erschaffen, wie für dich Aufgaben bewältigen können. Dabei sind dir keine Grenzen gesetzt. Du kannst alle möglichen Illusionen erschaffen, die deine Fantasie dir gewährt. Doch es ist schwer, sie unter Kontrolle zu halten. Was bedeutet das? Leben diese Wesen? Nicht direkt. Dieser Zauber ist sehr flexibel. Wenn du zum Beispiel einen Gegenstand erschaffst, so wirst du dich nur auf die Erschaffung konzentrieren müssen. Erschaffst du aber eine Kreatur wie ein Löwen oder etwas, der Erdweck ist, so musst du dich kontinuierlich auf die Bewegung und alle Lebensvorgänge konzentrieren. Auch wenn du nicht wirklich ein Lebewesen erschaffst, sondern bloß eine plumpe Kopie aus deiner Fantasie. Deswegen sind Illusionen immer weich und biegsam, zähflüssig, möchte man sagen. Sie verfügen über keine Knochen, keine Struktur oder etwas derartiges. Sie sind bloß Mana, das verdichtet und komprimiert wurde. Das klingt kompliziert. Die Theorie ist komplizierter als die Praxis, jedenfalls bei einfachen Sachen wie Gegenständen. Du musst dir es folgendermaßen vorstellen. Nehmen wir an, du als Shadow willst irgendwo einbrechen und das Schloss ist so kompliziert, dass du es nur mit einem Schlüssel öffnen kannst. Der Schlüssel ist aus purem Gold und eine gute Wache trägt ihn, wie du unmöglich ausschalten kannst. Nehmen wir nun an, nur zur besseren Anschauung, dir gelingt es, einen Abdruck in Wachs zu machen, sodass man den Schlüssel neu ausgießen kann. Du gehst also zum Schlosser und lässt dir diesen Schlüssel machen. Allerdings wird er aus einfachem Eisen sein, doch es reicht, um die Tür zu öffnen, denn den Schlüsselloch ist es egal, aus welchem Material der Schlüssel besteht. Und so ist es auch mit den Illusionen. Obwohl eine Wand da ist, aus festen Stein, durch die du nicht einfach laufen kannst, oder eine Illusion dieser Wand, aus weicher Masse, durch die man Probleme wandern kann, spielt keine große Rolle, denn für die meisten ist diese Wand da. Und auch, wenn sie nicht aus Steinen besteht, so werden doch viele in ihren Gedanken die Wand mit Stein assoziieren und somit gar nicht versuchen, durch sie hindurch zu schreiten. Wow, aber ihr sagtet auch, dass Illusionskreaturer schaffen kann, damit sie für mich Aufgaben erledigen. Doch wie soll das funktionieren, wenn sie nicht wirklich materiell sind? Wie gesagt, es ist ein flexibel Zauberspruch. Wenn du genug Erfahrung hast und in der Lage bist, Mana stark zu binden, dann kannst du den Illusionen eine festere Form verleihen. Ich könnte die Wand als auch so hart machen, wie aus Stein? Das nicht. Weißt du, Mana kann nur bis zu einem gewissen Grad komprimiert werden. Und dieser ist die C-Flüssigkeit. Das ist eine Form, die fester als Wasser, jedoch weicher als Holz ist. Mit Mühe kann man durch sie hindurch, doch wenn die Masse auf einen trifft, so gibt sie nur etwas nach, so dass man Schaden nimmt, wenn die Masse sich kräftig auf einen zubewegt. Deshalb können Illusionskreaturen auch Dinge fassen und für dich kämpfen. Wow, das ist ja echt super. Können wir gleich damit anfangen? Lombus säuft zu leise auf. Auch wenn ich deinen Eifer begrüße, so ist es mir doch momentan eine Last. Sei mir nicht böse, Siki, aber ich habe den ganzen Tag mit den Aufräumarbeiten helfen müssen. Und nach einer so langen Anwendung der Diktelle Kinese fühle auch ich mich wie ein Haufen Trümmer. Metaphorisch gesprochen, versteht sich. Also werdet ihr mir heute keinen Unterricht geben? Ich mache dir einen Forscher. Du hast ja selbst genug Zeit zum Üben morgen. Ich erkläre dir den Zauber jetzt und zeige dir, wie er angewendet wird. Und morgen kannst du dann selbst probieren. Einverstanden? Ja, danke. Lombus schluss seine Augen, schnippte mit den Fingern und vor ihnen erschien ein rundes, etwa walnussgroßes Wesen, das gelb leuchtete und scheinbar keine Glieder oder etwas ähnliches hatte. Es war wie ein leuchtender Ball, der in der Luft schwebte, doch das Glänzen hatte etwas Mystisches und Bezauberndes an sich, das Siki in den Bann zog. Was ist das für ein Wesen? Fragte er. Das ist ein Gnishi. Schön, nicht wahr? Ja, und was kann ein Gnishi? Lombus war eine Zeit lang ruhig und schien nachzudenken. Dann antwortete er, Nichts. Wie bitte? Gnishis haben keinen wirklichen Nutzen, doch sind sie einfach zu erschaffen. Du solltest morgen damit anfangen. Wozu? Ich werde doch keine Verwendung dafür haben. Ich habe mich vorhin vor etwas unklar ausgedrückt. Gnishis haben augenscheinlich keinen Nutzen, sie sind kaum erforscht, doch hört man oft Berichte, dass echte Gnishis, also keine Illusionen von ihnen bei starken Beschwörungsrieten von Druiden und anderen Grünmagiern auftauchen. Wozu ist unbekannt, doch haben sie auch einen guten Effekt. Und der wäre? Sie leuchten wunderschön und sehen bezaubernd aus. Lombus Augen wurden leicht gläsern, als er Gnishi intensiv betrachtete. Das Licht ist nicht hell genug, um einen Gang auszuleuchten und schönes Aussehen dürfte mir auch kaum helfen. Ach. Lombus blickte nach unten und schüttelte mit seinem Kopf, ehe er Seki wieder anschaute. Dinge müssen nicht groß, hell nicht stark sein, um die Welt zu verändern. Wie viele Kriege wären anders ausgegangen oder hätten gar nicht erst stattgefunden, wenn nicht eine schöne Frau im Spiel gewesen wäre. Doch in der Geschichte bedeuten Gründe meist nur wenig. Alle Welt interessiert sich nur für Ergebnisse. Und deswegen werden in den Geschichtsbüchern immer die Herrführer erwähnt. Doch ihre Weggründe werden nur kurz erwähnt oder ganz vergessen. Schönheit kann nützlich sein. Sie kann Türen öffnen, Aufgaben umgehen und Menschen beeinflussen. Doch es ist wohl die größte Nahheit der Menschen, Schönheit als oberstes Ideal zu sehen. Deswegen sind auch viele Frauen lieber schön als glug, weil viele Männer besser sehen als denken können. Und diejenigen, für die das nicht zutrifft, müssen lange geschult werden. Oder sie sind entweder Magier oder Philosophen. Also... Gut, gut, gut. Ich habe ja verstanden. Sehr interessante Ausführungen. Das meine ich ehrlich. Auch wenn ich jetzt etwas hektisch klinge. Wie funktioniert denn nun der Zauber? Verzeihung. Ich steuere mich immer in Sachen rein, wenn sie meinen Geist ergreifen. Der Zauber ist gleich anzuwenden. Du formst deine gewünschte Illusion in deinem Geist. Also du stellst sie dir bildlich vor. Dafür solltest du dir am Anfang Zeit lassen. Denn wenn deine Vorstellung nicht fest genug ist, dann hast du eine Illusion, die nicht lange existieren wird. Ist das vollbracht, so sprichst du Illu aus und Illusion erscheint. Das sollte für den Anfang reichen. Willst du deinen Illusionen mehr Festigkeit geben, so reicht es nicht, sich das Bild von ihr vorzustellen. Du musst dir auch ihr Innerstes vorstellen. Sie sozusagen ausfüllen. Das ist natürlich schwer, aber mit Mühe geht es. Okay, aber eines verstehe ich nicht. Ihr sagtet, ich muss Illu sprechen. Ja. Doch das tatet ihr nicht. Ihr habt geschnipst. Warum hat es trotzdem funktioniert? Wenn du mit Zaubern sehr geübt bist, so brauchst du nicht den Namen des Zaubers zu sprechen, um deine Konzentration zu kontrollieren. Aber das solltest du vorübergehend lieber sein lassen. Sprich immer den Namen aus. Verstanden? Für Ungeübte ist es einfach zu gefährlich. Versprochen. Gut, dann lege ich mich jetzt hin. Lombus legte sich hin, entdeckte sich zu und sprach dann Gute Nacht. Gute Nacht, antwortete Säcki und legte sich aufschlafen. Gute Nacht.